Ich würde mal die Probe aufs Gegenteil machen. Man würde ja nicht unbedingt leben oder überleben wollen, wenn es nicht die Tödlichkeitsgrenze gäbe. Dann wäre man angeökelt und angeödet, wenn das Leben ewig ginge. Man legte keinen Wert auf dieses schade Leben. Und umgekehrt würde es auch den Tod nicht geben, wenn ... Es würde auch das Leben nicht geben, wenn ... Müssen wir noch zu Ende denken.